Darauf kommt es bei einem Date wirklich an und es ist etwas, was von ganz vielen Männern anscheinend noch nicht verstanden wurde, die sich immer wieder die Frage stellen, wie kann es denn sein, dass aus dem ersten Date kein zweites wird oder die Dates mit Frauen grundsätzlich mit hoher Häufigkeit immer wieder im Sande verlaufen. Mein Name ist Sebastian, ich arbeite schon seit über vier Jahren zusammen mit Konstantin in genau diesem Bereich, im Bereich Dating und wir haben schon ganz vielen Männern dabei geholfen, erstmal in eine Position reinzukommen, um regelmäßig Frauen kennenzulernen, aber dann auch am Ende des Tages die richtige für sich zu finden. Und die Fehlannahme vieler Männer ist, sie glauben, sie müssen kreativere Dates planen, damit das Ganze besser läuft oder sie sind irgendwann so frustriert und sagen, ja, es liegt immer an den Frauen, was aber nicht sein kann. Wenn du zehn Dates hast und zehnmal kommt es nicht zum zweiten Treffen, dann kann es wohl mal sein, dass es an der Frau gelegen hat, aber wenn es schon sehr, sehr häufig vorkommt, dann ist es ein sehr guter Indikator dafür, dass du einfach etwas grundsätzlich nicht verstanden hast. Am Ende dieses Videos werde ich dir ein paar Tipps noch konkret für das Date mit an die Hand geben, aber vorher geht es doch erstmal darum, ja, worauf kommt es denn an bei einem Date? Was muss denn passieren, dass die Frau nicht mehr das Interesse verliert? Was muss denn passieren, dass in sehr vielen Fällen aus dem ersten Date ein zweites wird und du im besten Fall in einem halben Jahr nicht mehr daten musst, weil du eine Frau kennengelernt hast, die wirklich zu dir passt und ihr gesagt habt, hey, lass uns doch mal das Modell Beziehung starten. Das Problem, was ich immer wieder sehe bei ganz vielen Männern ist, und ich kann es einfach nur immer wieder wiederholen, sie haben zu wenig Dates. Wenn du als Mann in einer Position bist, wo du alle zwei Monate mal ein Date hast oder eins im Monat, dann ist das viel zu wenig. Und dadurch, dass du so hart darum kämpfen musst, ein Date zu haben mit einer Frau, bist du automatisch in einer bedürftigen Position in den allermeisten Fällen. Das heißt, du triffst die Frau da vorher auch schon beim Schreiben. Es ist so, dass du um jeden Preis sie von dir überzeugen willst und du stellst sie auf so einen Podest, dass sie automatisch checkt, hey, warte mal, spätestens dann bei einem Date, ich kann sein, wie ich will, es ist völlig egal, ich könnte der schlimmste Mensch sein und ich brauche trotzdem nur Schnipsen und der würde sofort Ja sagen. Und das ist was, was eine Frau drei Meilen gegen den Wind merkt. Und das ist auch etwas, was du nicht verstecken kannst. Und jetzt kommen viele Männer dahin und sagen, ja, ich versuche mich jetzt irgendwie zu verstellen oder versuchen dann etwas darzustellen oder ihre Nervosität zu überspielen und dann wird es noch schlimmer, weil das checkt die Frau direkt und dann ist sofort Feierabend. Also erstmal ist es ganz wichtig, dass du in eine Lage kommst, wo du regelmäßig Frauen kennenlernen kannst, weil dann ist automatisch die Bedürftigkeit geringer. Natürlich, wenn du in deiner Jugend ein paar Beziehungsmuster aufgebaut hast oder erlernt hast und glaubst, dass du durch deine Harmoniebedürftigkeit immer der nette Typ sein musst und alles anderen recht machen musst, dann ist es natürlich auch nochmal so ein Punkt, der da mit reinspielt. Das heißt, du versuchst dann trotzdem irgendwie die Frau zu überzeugen, weil du gelernt hast, ich bin ja alleine nichts wert, ich brauche unbedingt diese Beziehung oder ich muss unbedingt eine Frau kennenlernen, weil die kann mich dann nur vervollständigen. Das ist so der Schlüssel zu meinem Glück. Das ist nicht wahr und es ist auch ein Muster, was du erstmal durchbrechen musst, was erstmal ganz wichtig für den Anfang ist. Wenn das nicht mehr gegeben ist oder wenn es grundsätzlich nicht gegeben ist, dann ist es so, dass du, wenn du mehrere Dates hast mit Frauen oder du musst ja nicht mal mehrere Frauen daten, du musst einfach nur tief in dir verstanden haben, ich könnte theoretisch zwei Dates pro Woche haben, weil ich weiß, wie es geht und weil ich weiß, wo und wie ich Frauen kennenlernen kann. Und wenn die Frau das checkt, wenn die Frau merkt, der Typ könnte auch andere treffen, dann switcht etwas und sie wird auf einmal anfangen, in dich zu investieren. Dann sie ist diejenige, die dann nach dem nächsten Treffen fragt und du merkst auch, sie ist viel mehr into you. Also sie strengt sich viel mehr an, auch dich zu überzeugen. Wenn du in eine Position kommst, wenn du mit einer Haltung des Date gehst, wo du sagst, mal schauen, ob die Frau auch für mich passt, dann wird sie das merken und sie wird nicht nur schauen, ob du auch zu ihr passt, sondern sie wird sich auch bemühen, dass sie zu dir passt. Und bei vielen Männern ist halt einfach die Sache, wir sind so einfach gestrickt oftmals, dass wir sagen, hey, mir ist es wichtig, eine Partnerin zu haben, also egal wie, Hauptsache eine Partnerin und wenn die dann noch gut aussieht, super. Und das sind so die zwei einzigen Kriterien, nach denen wir dann gucken. Wenn das passt, dann nehmen wir die Frau. Die roten Flaggen, die übersehen wir komplett, weil wir einfach aus dieser Bedürftigkeit heraus handeln und sagen, ja, ich muss jetzt irgendwie eine Frau kennenlernen. Und ein Mann, der was von sich hält, der hat das ganz klar vor Augen, was die No-Go sind, was er sich vorstellt, was er sich auch langfristig vorstellt und der schaut dann auch wirklich genau, ob die Frau passt oder nicht. Und das merkt die Frau, das musst du ihr nicht sagen. Ich will dir ein Beispiel nennen, was das Ganze sehr gut darstellt. Und zwar war ich bei einem Live-Coaching letztens mit einem Kunden von mir und der hat Frauen angesprochen und es lief auch sehr gut. Und er hatte eine Situation gehabt, die er sehr, sehr souverän gemeistert hat. Er hat mit der Frau gesprochen, die haben viel gelacht. Er hat sie angesprochen auf der Straße, sind ins Gespräch gekommen. Da war viel Kommunikation, da wurde sich geneckt gegenseitig. Das war lustig, locker, spielerisch, so wie es auch sein muss. Und am Ende sagt sie dann, ja, ich kann dir ja mal meine Nummer geben, weil sie gecheckt hat, der steht jetzt hier vor mir, der hat das Gespräch mit Souveränität eröffnet, der ist locker, dem ist das egal. Ob ich jetzt Nein oder Ja sage, der wird schon eine andere kennenlernen. Und deswegen hat sie gesagt, ja, ich kann dir ja meine Nummer geben, weil sie sicherstellen will, dass er sie auch weiter sehen will. Und das ist das Prinzip, wenn du das verstanden hast und danach handeln kannst. Dann hast du gewonnen. Attraktiv für Frauen ist auch grundsätzlich die urmännlichen Eigenschaften, wenn man das so nennen mag. Nämlich, dass du das Date initiierst, dass du das Date planst und dass du zu ihr sagst, hey, lass uns doch dann und dann das und das machen. Wenn du da so rumeierst und nicht sicher bist und neben deiner Unsicherheit du auch noch nicht klar der Frau kommunizieren kannst, was sie denn überhaupt macht. Und dann kommt immer so ein, ja, weiß ich nicht, was willst du denn, was ist dein Vorschlag? Und immer so ein hin und her und die Frau muss auf einmal dann die Führung übernehmen. Das fühlt sich komisch an. Und ich habe schon ganz viele Frauen gesprochen, auch aus meinem Freundeskreis, die mir gesagt haben, boah, ich habe da so einen Typen kennengelernt, der war eigentlich ganz nett und sah auch gut aus, aber der hat irgendwie da so rumgeeiert. Und ich musste dann das Date vorschlagen und dann irgendwie, ich wollte den treffen, aber ich habe es auch irgendwie nicht eingesehen, nach einem zweiten Date zu fragen. Da kam nichts von ihm, vielleicht hat er gar kein Interesse. Und das führt nur zu Verwirrung. Deswegen nimm da deinen Mut zusammen und plane das Date mit dir. Im besten Fall habt ihr vorher schon ein Gespräch über mögliche Date-Locations, wenn du die Frau schon im echten Leben kennengelernt hast zum Beispiel, dass du dann sagst, ich kenne ein gutes Café, da können wir dann nächste Woche hingehen oder so. Und dann ist es ja auch keine große Sache mehr, das Date zu planen und zu sagen, wie sieht es denn bei dir nächste Woche aus, wann kannst du denn, dann lass uns doch dann und dann, da und da treffen. Und das ist etwas, was die Frau gut findet, wenn sie sich da so ein bisschen abholen lassen kann in deine Welt und ihr dann einfach zusammen Spaß habt und eine gute Zeit verbringt miteinander. Anstatt, dass die Frau dann alles planen muss und auch sich noch um das Organisatorische kümmern muss. Natürlich kann eine Frau auch planen, völlig klar. Natürlich kann auch mal eine Frau dann ein Date vorschlagen. Oder bei dem Date heißt es dann, dass die Frau dir erzählt, ja, ich gehe noch den und den Ort und wir sollten unbedingt noch mal das und das machen. Ja, natürlich, da sollst du ja jetzt nicht hingehen und sagen, nee, also ich muss bestimmen, wo das nächste Date stattfindet. Das wird auch immer komplett falsch verstanden in der aktuellen Gesellschaft. Aber es geht einfach darum, dass du die Initiative ergreifst. Und was ich auch schon anhand des Beispiels erklärt habe von meinem Kunden, es geht darum, wie du mit der Frau kommunizierst. Das ist allentscheidend. Das, wo ihr euch trefft und was ihr genau macht, ist komplett irrelevant. Es geht nur darum, wie ist die Kommunikation zwischen euch. Und wenn die Frau merkt, das ist ein lockerer Typ, der ist entspannt und der kann auch gut mit seiner Nervosität umgehen, indem er sie nicht überspielt, sondern einfach locker damit ist und es einfach zugibt und sagt, hey, yo, ich bin voll nervös gerade und einfach ein cooler, entspannter Typ ist. Das ist das, was die Frau sehr, sehr attraktiv findet. Und ein guter Pluspunkt noch zuletzt, Gentleman sein. Das ist auch so eine Eigenschaft oder so ein Verhalten, was komplett unterschätzt wird heutzutage, was aber bei Frauen immer noch nach wie vor sehr, sehr gut ankommt. Mal der Frau in die Jacke helfen, die Tür aufhalten, sie zum Auto begleiten, sie nicht dann abends irgendwo allein in der Stadt stehen lassen, wenn es schon dunkel ist. Das sind Sachen, wo die Frauen merken, wow, das ist ein Typ mit Charakter und der kümmert sich um mich und der ist nicht so selbstbezogen und egoistisch, weil er einfach dann geht und mich dann irgendwo da im Regen stehen lässt. Okay, jetzt nochmal ein paar hilfreiche Tipps zu den Dates an sich. Erstmal, es reicht, ins Café zu gehen, eine Runde spazieren zu gehen, ihr könnt euch ein Getränk-to-go schnappen. Ich hatte schon die besten Dates, weil ich mir ein Getränk-to-go geholt habe und mit der Frau spazieren gegangen bin. Und dann kann man entweder das Date fortsetzen oder man verabredet sich dann zu einem zweiten Date. Es muss keine große Sache sein und du musst auch nicht teuer essen gehen, auch wenn du das Geld hast, du musst jetzt nicht die Frau zum Essen einladen sofort und sie hat direkt so den Eindruck, der will mich nicht kaufen, aber das hat immer so einen komischen Beigeschmack, wenn du jetzt die Frau teuer zum Essen einlädst, wo du sie noch gar nicht wirklich kennst. Deswegen, auf ein Getränk einladen, sehr gerne, nehmt euch irgendwas mit to go, geht spazieren, geht an den See oder an den Fluss, was auch immer, irgendwas in der Natur. Es gibt tausend Möglichkeiten. Gemeinsame Aktivitäten zusammen, sportliche Aktivitäten gehen auch. Das verbindet dann nochmal mehr sowas wie Klettern gehen im Sommer, dass man gemeinsam so eine Art Abenteuer dann hat. Oder im Winter könnt ihr auf den Weihnachtsmarkt gehen oder ihr geht Eis laufen, macht irgendwie was zusammen, was Spaß macht. Oder ihr könnt auch in eine Cocktailbar gehen. Also es gibt tausende von Möglichkeiten, aber am Ende des Tages geht es einfach nur darum, fühlst du dich wohl und wie bist du auf dem Date mit der Frau? Also im Prinzip kannst du alles Mögliche machen. Du könnt euch auch einen Kaffee nehmen und irgendwo auf die Bank setzen draußen und es kann das beste Date überhaupt werden, während der andere Typ dann versucht, die Frau in ein teures Restaurant auszuführen und er dann gegenüber sitzt und gar keinen Plan hat, was er denn sagen soll und extrem nervös ist. Und wenn du weißt, okay, ich bin jemand, der sehr nervös ist am Anfang immer oder ich brauche auch ein bisschen Zeit, um warm zu werden mit der Person, dann empfiehlt es sich erst recht nicht, sich irgendwo reinzusetzen, wo man sich gegenüber sitzen muss und dann die ganze Zeit gezwungen ist, miteinander zu reden. Da gibt es viel, viel entspanntere Möglichkeiten, zum Beispiel die, die ich gerade genannt habe. Und wenn du an dem Punkt bist, wo du sagst, es fällt mir aktuell noch schwer, Frauen kennenzulernen, die Dates, die laufen nur so semi-gut, ich habe nicht genug Dates und ich will auch nicht meine Zeit verschwenden, weil ich bin vielleicht beruflich komplett eingespannt, ich will jetzt einfach mal den nächsten Schritt machen. Oder du bist schon in deinen 30ern und sagst, jetzt wird es endlich mal Zeit für eine Partnerin, aber ich will auch nicht so extrem bedürftig sein. Ich möchte vernünftig jemanden kennenlernen und dass ich dann auch am Ende eine Beziehung auf Augenhöhe habe. Dann lass uns doch unverbindlich einfach mal miteinander sprechen. Geh auf die Website authentisch-männlich.de und trag dich dafür ein Beratungsgespräch mit uns ein und dann schauen wir uns mal deine Situation ganz genau an. Das heißt, wir schauen, wo stehst du gerade, was sind die größten Herausforderungen im Bereich Dating und dann geben wir dir auch einen Schritt-für-Schritt-Plan mit an die Hand, wie du das ganze Thema für dich schon in wenigen Monaten lösen kannst. Alles klar, bis dahin, ciao.